Herr Pöller, da bin ich. Ja und ausgeschlafen? Ja, ich hab Mittagsschlaf gemacht, ich bin topfit. Super. So, ich hab eine Liste vorbereitet mit Sachen, die ich gerne mit Ihnen durcharbeiten würde und zwar würde ich gerne sehen. Siegmundsäule, Königsschloss, Wasserpalast, Warschauer Ghetto, Chaupontdenkmal, die kleine Seejungfrau, Nationalmuseum, Palast der Kultur, Drei Kreuzeplatz und die Johanniskathedrale. Und ich dachte, Kurt Krömer ist ein Tourist der anderen Art. Jetzt sind wir ganz normale deutsche Touristen. Ja, natürlich. Wir müssen auch los. Ich habe mir jetzt pro Projekt 15 Minuten ausgerechnet, dann müssen wir zum Abendbrot fertig sein. Na super, dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Los. Ich freu mich.